Marktschwimmer ist eine Online-Plattform und er vereinfacht Zugang zu regionalen Produkten. Und es geht auch gleichzeitig um den lokalen Markt, sodass die Erzeuger persönlich anwesend sind. Sie liefern die Produkte vor Ort und sind auch persönlich anwesend. Und der Kunde hat die Möglichkeit, sich mit denen zu unterhalten und austauschen, Fragen stellen und so weiter. Sie haben eine Webseite und darüber kann man dann bestellen. Ja, genau. Ich habe eine Webseite, die Kunde kann sich anmelden, sich registrieren und die Produkte anschauen, bestellen und beteiligt wird auch online. Und einmal in der Woche folgt man die bestellten Produkte an einem Ort in der Nachbarschaft.